Heute mal ein kleines Video zu einem ganz kleinen Ersatzteil, das mir das Leben aber schon das ein oder andere Mal echt erleichtert hat. Okay, das Leben war jetzt vielleicht ein bisschen hochgergriffen, aber den Fototrip das ein oder andere Mal echt erleichtert hat und wenn es mir hilft, dann vielleicht auch dir. Und obwohl ich das Ding schon eine ganze Weile im Einsatz habe, habe ich mich erst jetzt dazu entschlossen ein Video dazu zu machen, weil die Lösung ist am Markt einfach deutlich unterrepräsentiert. Okay, worum geht's? Folgende Situation. Du bist unterwegs mit deiner Kamera, zum Beispiel auf Reisen oder sonst irgendwo, wo du dich nicht wirklich auskennst und schwer einschwätzen kannst, wie ist so das Verhältnis zwischen Laufen und Stehenbleiben und Fotos machen. Ich beispielsweise nutze meine Kamera am liebsten so, wie sie vom Hersteller kommt, also ohne irgendwelche Schnörkelchen dran und aufnahmeschnüre mit Käppchen dran oder so. Also am liebsten so oder ungefähr so, wie sie geliefert wird vom Hersteller. Das ist aber nicht immer ratsam, denn zum einen kann die Kamera runterfallen und zum zweiten kann sie auch relativ leicht entrissen werden. Als mögliche Lösung gibt es jetzt mehrere Ansätze. Zum Beispiel die, die die Hersteller in der Regel vorsehen oder beipacken. Da ist dann bei den Kameras in der Regel so ein Gurt mit dabei, den man sich um den Hals hängen kann und dann hier in diese kleinen Aufnahmen reinfummeln kann und dann ist der Gurt mehr oder weniger fest mit der Kamera verbunden. Ist für mich keine Option. Dann gibt es dann noch diese Clip-Lösungen. Da gibt es die bekannteste Clip, der ist von Peak Design. Der Capture Clip gibt es aber auch von anderen Herstellern. Die kann man an den Gürtel machen oder an den Rucksack. In meinem Falle habe ich den auch am Rucksack dran. Das ist allerdings eine Lösung von PGY-Tech. Das ist die Variante, für die ich mich entschieden habe. Die funktionieren aber beide sehr ähnlich. Da hast du eine Schnellwechselplatte an der Kamera dran. Die wird hier reingeklickt und das hält sicher in der Halterung mit dran. Und je nachdem, was man für ein Objektiv an der Kamera dran hat, hat es auch wenig Spiel. Also ist das schon ziemlich statisch in diesem Clip mit drin. Ist eine gute Lösung. Mich nervt allerdings so ein bisschen, wenn man wirklich häufig wechselt zwischen reinklicken und rausholen. Dann ist dieser Wechsel irgendwann nervt er ein bisschen. Dann gibt es auch von Peak Design diese Schnellwechsellösung. Das sind diese Plättchen hier, die man halt auch an die Kamera ran macht. Die kommen dann jeweils links und rechts hier an diese Halterung der Kamera ran. Und werden dann in das Gurt-System eingeklickt und eben entsprechend auch schnell wieder rausgeklickt. Das heißt, da könnte man mit diesen Platten halt so ein Gurt oder eine Handschlaufe relativ schnell wieder entfernen. Das Thema dabei ist einmal, dass man dann eventuell diese Dinge so ganz lustig als Ohren dann an der Kammer dran hat und die wackeln dann immer lustig hin und her beim Transport. Gefällt mir jetzt nicht so. Und es sind natürlich immer zwei Verschlüsse, die man lösen bzw. wieder anbringen muss. Und insbesondere dann, wenn man das einhändig bedienen muss, dann ist das auch ein bisschen fummelig. Aber es gibt eine Lösung, mit der kann man super schnell zwischen unterschiedlichen Tragesystemen, wie zum Beispiel eine Handschlaufe, einen Gurt, einen Clip oder auch einem Stativ hin und her wechseln. Und da kommt dieser kleine Freund hier zum Einsatz. Das ist ein QD Halter und dank dieses Gerätes kann man halt sehr, sehr schnell zwischen unterschiedlichen Einsatzzwecken hin und her wechseln. Ich beispielsweise nutze unter anderem hier so ein Peak Design Gürtel und da kann man schon sehen, da habe ich hier diese Halterung an diese Peak Design Schlaufen angebracht. Und jetzt kann ich damit, wenn ich die Kamera halt wechseln möchte, die ganz schnell anbringen. Ich klicke es einfach nur rein und das Ding hält bombensicher. Das Lösen des Clips funktioniert genauso einfach. Einfach nur einmal draufdrücken, abziehen. Schneller geht es eigentlich nicht. Wie funktioniert das Ding? Da sind so eine Stahlkugeln drin und ein Federmechanismus. Ich drücke hier einmal drauf zum reinstecken bzw. zum lösen und dann hält das Ding bombenfest. Der QD Halter ist eigentlich kein klassisches Fotozubehör, sondern wird üblicherweise so bei Gurtsystemen für Waffen benutzt, wo also dann die Gurte sehr schnell angebracht und auch wieder entfernt werden können. Aber dem Halter ist ja völlig egal, was da dran ist und was bei Waffengurten funktioniert, funktioniert bei Kameras mindestens genauso gut und das haben eben auch Fotozubehörlieferanten gemerkt und statten da halt eben entsprechendes Equipment mit diesen QD Aufnahmen aus. Die Sache hat nur einen kleinen Nachteil. Deine Kamera und ich kenne jetzt nicht jedes System, aber ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster raus, deine Kamera wird keine Aufnahme für ein QD Slot haben. So und jetzt denkst du hier vielleicht, naja toll, warum erzählt er mir das dann überhaupt? Weil eine QD Aufnahme relativ einfach an deine Kamera zu adaptieren ist. Für eine meiner Fuji Kameras, die mich auch gerade filmt, habe ich beispielsweise sogenanntes L-Bracket. Das ist also ein L-Metallstück, das die Unterseite und auch die Längsseite der Kamera abdeckt und das habe ich primär gemacht, um da ein bisschen besseren Griff an die Kamera zu bekommen, weil die erweitert das Griffstück vorne für die Hand und gerade wenn man etwas größere Hände hat, dann liegt die nicht so richtig optimal in der Hand und dieses L-Bracket hilft da deutlich weiter. Außerdem schützt sie natürlich auch die Kamera nach unten, wenn man da mal ein bisschen, ja nicht ganz so sorgsam ist beim Abstellen, dann wird die Unterseite der Kamera geschützt, eben dieses Metallstücks. Für meine Sony Kamera beispielsweise habe ich nur eine Baseplate, das reicht mir hier und an dieser Baseplate kann halt ein Schnellwechselsystem angebracht werden und sie bietet halt hier eben eine Aufnahme für den QD Halter. Wenn du jetzt keine Baseplate, kein L-Bracket oder auch einen Vollrahmen um deine Kamera anbringen möchtest, dann gibt es auch die Option, das direkt an der Schnellwechselplatte anzuschließen. Es gibt da also Schnellwechselplatten, die eine entsprechende Aufnahme für so eine QD Halterung vorgesehen haben, dann könntest du also diesen Halter direkt in die Schnellwechselplatte anbringen. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, das war doch mal eine interessante Option, dann sei doch so gut und lass mir dein Like da und auch dein Abo. Da würdest du mir was Gutes tun und es ist ja auch bald Weihnachten. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.